Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Ich bin Saxuro und das hier ist ein Video zu einer 30-Tage-Foto-Challenge. Tag 5, die fünfte Foto-Challenge. Mal gucken, was es heute wird. Nach gestern bin ich heute noch umso mehr gespannt. Okay, heute wird es diese hier. Es ist heute Müdigkeit. Müdigkeit, okay. Müdigkeit. Ja, ich bin gespannt, wie ich das umsetzen werde. So, Thema Müdigkeit würde ich hier einfach meinen Kumpel Nils fotografieren. Er schläft häufig und ungefähr so würde es aussehen, wenn er jetzt schlafen würde. Also perfekt, um jetzt hier einmal so ein Schlafbild zu machen. Genau, das würde ich sagen, ist ein guter Still. Da kann man gute Fotos machen. Danke für die Hilfe, Nils. Gerne. Fast noch besser als die erste. Yay. Und mein abschließendes Foto, was ich final ausgewählt habe für diesen Tag, ist folgendes. Alleroo's. Bis zum nächsten Mal.